Dann gehen wir jetzt in die dritte Ebene rein. Auch Stufe 3 und auch mit dem Ingenieur, Wartungsman, mit dem Wartungsman, ganz andere Spielen auf jeden Fall. Hupen wir reich weiter. Wuhuuu. Ah, wieder da oben. Das ist doch ungefähr. Nachladen, ich bin mal noch im Krimschen, ich muss aber hier Nitraten Zeugs mitnehmen. Oh, oder Käfer. Egal, wir müssen auf einem Reichweite haben wir jetzt genügend. Ja, 100%. Ja, das langt. Das war's. Okay. Da oben. Und. Das war's. 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 Ähm. Abbau. Ich mach's. immer kurz zuckerschlepper schlappern macht ihr doch mal tot ja klar ist er wieder es ist doch tot, warum immer unter mir, da wo ich schon war, ist doch kacke den habe ich gesehen buch wir brauchen definitiv das buch auf den abend danke vielleicht nicht mal noch sie gucken ich brauche noch eine blüme hier oben dann wieder zucker zucker schlecken und wir nehmen schaden mit und ein weiterer geschütze ja das mit dem youtube kommentar mit dem tipp das hilft enorm dass du die geschütze nur aufstellen kannst wenn du tatsächlich stehst mir vorher nie bewusst gewesen mach mal ruhig ran hier ich bin ja gewundert dass sie sich nicht aufstellen zack und zack und zack und wieder beide so äh leuchtkäfer größer machen werden den spieler preisen nee jeniges zu tun oh ok gegen hier das haben wir schon vollgas geben laufzeit kurz anhalten immer anhalten und dann kotzen jetzt einfach hier geschütze raus oh oh häftige kommt schon immer noch was 5,2,3 und 4 und ahhhh ein schlitzer lass mich in ruhe ich will hier durch hallo boah alter hab ich voll festgehalten die dumme sau das ist unfair das kommt doch nicht hinterher das kommt doch nicht hinterher Arschkrampe ich glaub hier oh ich schonmal au ahhhh boah alter fasst doch mal rein ran das ist fett ep ahhhh aber ich muss umdrehen umdrehen erstens mal wer fertig ist und die ebene ist au au fertig schau mit 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 auch mit mit was haben wir hier für eine range bitte seismos zeichen für die 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 scheiße mit mit zu wenn du es zurück so dann machen wir was mal, ep mit Du, äh, zwei, äh, pfff, so schlussnehm ich, Lachlader, in blau, willkommen bei den, ups, mit Schaden, nach Lachlader, äh, Gäppchen und Glückchen, das hat sich immer gelohnt, für Glückchen. Ach, jetzt ist das blaue Zeug. Wie viel im Abbau habe ich? 31, ne Ahnung wie das geht. Gut, dann kann ich hier drüben, dann kann ich hier, zack, zack, zack. Oh, ein Tick zu knapp. Ah, auja, peilig, jetzt geht doch mal da weg, ihr Doofen. Schoki? Wer hat Schoki? Ah, könnt ihr den mal totmachen? Oh oh. Supply is blocked. Get the landing zone cleared. Blei Potten, ja toll. Nachladen hätte ich gern. Da oben, ok. Na, das können wir hin. Oh, die haben schon gebuddelt. Ja, den kleinen habe ich nicht gesehen. Äh, irgendjemand hat freigeschaut. Schuss. 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 Achso. Äh, Nitra, Gold oder EP? Okay. Äh, boosten. Und schaden in Schock. Oh oh. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ähm. Ich nehm alles zurück. Ach du heilige Kartoffelsack. Ähm. Ja, klar. Noch mehr. Laufzeit. Klar. Ja damit. Wie lange können die Dinger laufen? Ja. Ja. Boah. Kann nochmal Dinger explodieren bitte. Äh, au. Ich muss hier durch. Ich muss hier weg. Schaden. Äh, pp. Ich hab gesagt Schaden. Ah. Schau uns. Alter, was war da gerade oben los? Das war eigentlich Toast. Natürlich kommt der Dicke schon. Boosting. Und der große ist kaputt. Ich komm gar nicht hinterher mit platzieren. Hey, 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 hey. Was, was fliegst du hier auf meiner Rampe rum? Was fällt denn dir ein hier? Geht wo los? Geht es? Oh, was. Oh, was ist das? Oh, was. Oh, was ist das? Oh, was weiß ich. Oh, was weiß ich. Oh, was weiß ich. Oh, was weiß ich. Die Geschütze haben wir schonmal. Dann, Fischkrieger. Und das. Danke fürs Gespräch. Ich will es. Ich kann nicht genug von diesem Schaden. Dann. Wir haben was zu tun und die Quotas zu treffen. Du hast deine Objektive. Guck, zuck, zuck. Komm. Bis. So, die Kasse mitnehmen. Gut, okay. Glocker. Müssen wir auch mitnehmen. Alter, jetzt ist ich unter der Sackgasse. immer ja 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 mit der halbe werk ja ich brauche sogar doch mal auf mit diesen komischen rumgespucke hier ich habe vor noch ein paar piste hier kann es sein was würde irgendwas schaden mit der steuerung und zieht die sich gerade so einstecken ja ich nehme halt einfach alle mit danke hat doch mal auf mich zu schießen das fährt in euch ein macht doch mal die dinger kaputt oh ja es ist so hässlich 5 leben schaden fliegt schon hier rüber ist klar und hinter mir brennt der boss ist ja schon da ich hätte gern die ep hier vom boss danke laufzeit ja danke schulz kommt ein halbarsch zu spät ist aber auch hier stufe 1 ist so einfach stufe 2 ist auch noch okay und 3 ist einfach so du bist tot kein upgrade für waffen ne dann granate noch mehr movement wie haben wir nicht schon genug ein stress richtig richtig das erz ja das ist die zeit so hier rein machen wir das gleich fertig wo die leuchten mal gar kein schaden ich bin sehr konzentriert zum stehen bleiben dass die geschütztürme aufgestellt werden ich brauche unbedingt schaden ich darf mich auch nicht einbauen lassen hier nix mit surrounding weil surrounding ist kacke heißt nur ja ich mit beiden haben wir sind da hier oben am leben ab klar dreh dich um und schieß mir ins gesicht arschkrampe dann ist es da hinten auch schon ihr könnt mich mal ich bin hier mal mal sehen ich spielte nicht richtig mit mir ja danke toll so ein gelbem Blockchen gebrochen auf ja und nochmal das Dinger duzt ja wo soll die doofen Viecher auf mich zu schießen ja klar ich stehe mitten in deinem Käfer ja wie viele schießen hier bitte noch hallo so und au wir leben wir leben wenn ich jetzt hier sehe alles dieses Dinger Viecher diese elenden ja war ich gar nicht mehr dran mehr Laufzeit glaube ich schon fünf Minuten jetzt die Geschütze hier oder schießt sie doch mal kaputt kann ja so schwer sein Halt Stopp Schütz bin aus mach alle platt vor allem die Blüten diese Stinger Teile ne ja drückt ne in mich hinein ne der macht die normale kaputt hier Status nützt mir wieder nix weil die Geschütze äh keinen Effekt haben ne nehme ich aber trotzdem ja Prost perfekt hätten noch nicht das ja die Zwillinge na feilig die Zwillinge sind da dankeschön ich habe nur noch 100 Lebenspunkte das ist gar nicht gut au au okay ich habe keine 100 Lebenspunkte mehr hier kurz das Liter mitnehmen dann rastet ihr doch schon aus ah gut gut der au au uuua niiice es ist aber auch ein Stress aaaaaaah Nummer 408 danke Schulzi boah also das mit den Geschützen kann man machen kann man machen aber es ist so äh so anstrengend weil du immer anhalten musst damit den Geschütze platzierst also hier Potenz ne Rüstung her damit was so so tja äh 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 we glasses we 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 Untertitelung des ZDF, 2020